Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir. Ja, wie ihr seht, sind wir noch in der Hölle. Wir holen noch etwas davon. In der letzten Folge haben wir Powercrafting betrieben. Das werden wir jetzt auch noch weiterführen, denn ich will Soul Shards. Ja, geil. Oh, was? Soul Shards? Soul Shards, ja. Mir fällt gerade ein, dass ich so eine Goldfarm machen könnte. Mit Soul Shards? Nein, mit den Pigments. Ach ja, genau. So, weil in die Soul Shards, da, ähm, tue ich jetzt nämlich Seelen rein, muss ich erstmal, ich muss mir die Seelen, ähm, holen, nachdem ich da, bum 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 bum, stirb. Ach du, Kacke, ist das gut. Ich habe eine Gasträne. Und das ist schon aus, eben. Die Railgun ist das geilste, was es gibt. Ist das eine Portalgun nur halt für Ultimate? Eine Railgun? Das ist eine Fernkampfwaffe. Aha. Da schau. Oh, ich kann mit der Railgun da den Typen da abschießen. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Tod ist er. Es bringt mir nicht viel, weil die Bildschirmübertragung leckt. Ich sehe es dann in der Folge. Okay, gut. Auf jeden Fall habe ich da jetzt eine Railgun. Fick dich doch. Alter, ich brauch nur einen Schuss. läuft so ich crafting table werde ich auch nie mehr brauchen grafting table werde ich auch nie mehr brauchen weil ich weil ich auf dem power tool auch in crafting table oben bingo jetzt staunst du gehst ja klar staunen ich wusste nicht mal dass so es geht ja das geht aber so was geht so scharf es hier die muss sich in und der paus und dann ist drüben dreiunddreißig mache ich jetzt einfach mal davon ich bin so schnell um wo hat er denn seine sein portfans hinterm kaum aufgrund doch so schnell fliegen oder ja vorgleich aber ich will jetzt nicht mehr fliegen alles das hier unten rein dann Energie geht da irgendwie weg kann man es dazu auf ich komme nicht mehr raus und fliege raus ja ich finde ausgängig aber meistens oben manche funktioniert wieder ja funktioniert wieder alles vor der Rüstung ja aber es ist so eine Rüstung eigentlich teuer oder und theoretisch könnte ich nur so mit sozusagen auch kurz runterladen und testen was die so kommen das ist ja ich habe volle Rüstung wo ist denn dein Pauernis den bräuchte ich nämlich den Monster Halle wo ist denn dein P auf mein Bild steht noch nur wo ist denn dein P geht geht auch geht gut wird sogar wenn sie wenn die Aufnahme bekommen hat ich nehme auf du Zigeuner du Zigeuner ich nehme auf du musst doch auch Pulverizer gehen der auch schon eine komische Hand ich weiß Pulverizer geht es nicht ja eins zwei drei Test Screenshots ist klar ich kurz ein paar Test Screenshots ja ich habe alles aufzeichnet du Böser ich habe alles aufzeichnet du Böser so ich benutze jetzt einfach mal den Crafting Table so davon habe ich jetzt 33 Corrupted Essence kannst du mir sagen wenn es neun ist neun u? ja klar so so jetzt so 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 5 Obsidian das kannst du dir wohl geben oder so sie werden kriegt sie mit dem Porto und die ich weiß haßen und sieben bald und also hat sie jetzt schon zwei Wochen Schule und es ist ein Stundenplan zu lang kurz noch nicht bekommen wir hatten den am dritten Tag so ok fertig bis dann am dritten Tag bekommen den Leerraum ja man kann die Power Amor Sachen auch verzaubern gell achten Scheiße auf er fischen sie zum Beispiel m m m m m das war übrigens Nein Unschwör Nein Unschwör Ja Jolo kriegt einen Schaden eben aber dann hat es brennt an Ahnung kommt gar nicht zu weit also das Porto ist quasi Diamant Axt Diamant Spitzarte Diamant Schaufel der Mann Schwert der Mann Schwert so ein Tier schwert nicht ich Schwert benutze ich schon selber aber das ist so als Fernkampf auch und dann Energie geht runter oh das gibt 3,6 3 ähm von und jetzt wieder nicht weil mein Helm automatisch aufladet Boom Geil der holt die Energie aus der Luft raus und benutzt sie jo so 4 und dann habe ich gleich 5 und dann kann ich mich wieder schleichen so 5 Boom 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 Gekickt Klar Alter das Zipft so an ich sag's dir sagt es doch CFOX ja ich schreib es gleich in die Confi weil das ist unheimlich nervig dass man ständig gekickt wird wenn man fliegt ist irgendwie unnötig wenn man vor einem Chat da kommt das ganze Not zu kommen ich hab auch ich hab da auch Chatbeck drin so dann Stone habe ich noch ganz normal Stone ne ok nicht schlimm warte Dias oder? Soul Shard ja ok Dias alles kein Problem Dias easy so da haue ich mal die drei Dinger rein 1 2 3 ach komm schon sag nicht dass er da auch wegräumt wo ein Mongo ey dieser blöder Mongo ach komm schon ich mach ich mir schnell ein Minium Stone Minium Stone so Eisen Stone Stone Gold wird es nicht auffallen Jolo Jolo Klaue ich ihn 11 Stück Elf Stone ich bin ein Böser Bub Hachko durch die Rhein aber mit Chatbeck wo das du nicht gekippt und mit dem Teil zu tun doch 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 ach so so da Eisen so da schau wie cool ach so ach so ok das funktioniert nicht schade ach so ok das funktioniert nicht schade halt doch die Fresse einen Minium Stone gut die wie er um okay mach ich mir 16 hier ist du hast siebzehn ja ich hatte schon einen so warte so den hier brauche ich so so dann hast du jetzt das bringt es dir so du kannst du kannst du deine Hand aus Kraft und Tee und benutzt warum gehst du nächst so zu einem anderen weil ich es kann boi, joh, dort ist lang uuuh ja läuft auf jeden Fall wo es könnte ein Landau ein wenig wie viele brauchst du davon eigentlich fünf Stück vor Ort unter den Umständen sind keine fünf um ich lasse sechs drinnen diese korrupte Sensdinger reichen hier nicht so das Eisen nehme ich raus daraus mache ich dann nämlich so so man hört das Klick in deiner Maus ja läuft doch hast du was da gehen ich hab's nur gesagt dass ich vielleicht das willst du oder so ähm da raus 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 brauche ich nicht da drinnen ähm da raus raus brauche ich nicht da drinnen ähm und das Ziel geht es ist es ist weitergegangen okay dann habe ich hier jetzt Strom ist schon immer mit E was wie wir Strom ist schon immer mit E ja vor was denkst du holen mit vier so laut dann ist dort das nicht so lange anscheinend so 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 ja läuft mir doch egal jetzt bin ich eigentlich ich habe eigentlich nichts mehr zu tun so dann machen wir uns neun jetzt jetzt es gibt auch der Treibenden müssen man schreibt ich doch hatte ich weiß noch was ich machen kann so wie viele wollen da noch kommen ich habe jetzt einfach mal extremst viele wir machen eben Thumbnails singen Thumbnails so 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 was schaust du eigentlich aus auf Porto so Thumbnails Thumbnails und übrigens das eine Feldkörner gemacht was ja ich weiß mich scherzt es nicht geht es nicht mit diesem Power-Tool das ist nicht drauf ne unnötig und schreiben kannst da nicht es geht gar nicht ja man kann sich halt verdrücken wenn man es eilig hat warum du es alle Zeit da wörst es ist in 15 Minuten nein so so da hat er recht wo ich stehen und warum Karotten weil es Karotten vollbringen nimm doch lieber Kartoffeln nimm doch lieber Kartoffeln so so ... g-mal über ... ... und ... ... und ist wegen Fliegen gekickt ich lade mich mal vollständig auf danke du bloß er hat einen eigenen Magiebaum irgendwas habe hatte ich vor hey genau ich hab ja noch was auch was tut das mit sie gern ach die Grave Tickern die ist geiler okay ich brauche Obsidian okay das ist ja so billig auch nicht mal mehr dass da wird man erwartet hat wenn ich bräuchte wo sind denn die Dias ich finde sie nicht keine Ahnung aber oder da sind sie in der zweiten Reihe ganz rechts in der Kiste dort auch ich finde keine Ahnung mitte 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 neben dem zählen oder was das ist mal gucken zu meiner Törtel unten die hat sicher schon ein wenig ein wenig Obsidian oder nein eher nicht mit Leipzig Korin um ja aber die uns ha 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 stirbt gespielt und welche Meister sind spielte 1 6 2 oder 1 5 1 als wir sieben glaubt schon das ist ein bisschen im 10 um ein Schuss die sieben um und wie kann er nur passt gut ich brauche zwei stück von obsidian dann brauchst du ein glowstone äh enderbrand ich brauche von jedem zwei eine gravity gun und eine ich habe was vor ich mache mir dann nämlich eine portal gun weil es gibt ein uncrafting table so aha und einen kleinen trick wie man eine supercharged bekommt supercharged was eine supercharged gravity gun und die tut was die ist mit netter star und wenn man und wenn man die dann ähm mit ja warte ich zeig's dir einfach so 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 ich brauche acht stück 1 2 3 4 5 6 7 8 so dann die und was brauche ich noch 4 da muss man extra zum Kompressor gehen um ein Glowstone zu machen du kannst du auch einfach gut oder das ist die Sammlung 4 nein eben nicht unnötig es geht in den Mannen in der Mannschaft geht's ja im normalen aber das ist wie die Biest deswegen müsste es recht gehen so auch was einmal habe ich vergessen m Prozent Prozent so das noch mal nur einmal es ist neun vor neun die Muster noch runter so gut okay und nun boom jetzt habe ich zwei Supercharged Gravity Guns geil und in den Supercharged Gravity Guns ist ein Netherstar drinnen und dann und dann damit tust du es an Kraft und dann hast du so ein Netherstar und dann kannst du eine Portal machen da schau mal hi 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 warte einen Uncraften täten boom das Klaus 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 ich kann Sachen hin und her werfen m das war schon getestet ups 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 schweine Weitwurf machen ok ja das könnte ich wirklich machen nämlich und ist nun schweig zu oder ein Spinnenweitwurf das 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 die 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 hühnchen wird macht immer ein Porto für ein Portal nach Haus und eins wochen du bist dann kannst du dir immer merken wo du heim musst das ist nicht Gravity Gun und keine und keine Ding Portal Gun ja die die kann keine Portale machen nein boah ist die unnötig ach Gott aber mit dem Uncrafting Table kannst du ein Nettles da holen und das die immer ne Portigam machen drei sind fertig drei Soul Shirts so ah warte ich kann ja schon mal beginnen ein Anvil ein Eisenblöcke und Eisen brauchst du ich habe einen Anvil Achso immer dann Soul Shirt ich hole mir da drüben mal den Zombie so jetzt habe ich einen Soul Shirt mit einem Zombie dann habe ich jetzt noch ein Soul Shirt mit Zombie und Chicken Was bringen die Soul Shirts naja warte jetzt hole ich mir noch einen Soul Shirt von einem Pigmen dann mache ich nämlich eine Pigmen Farm Achso das ist im Prinzip dasselbe wie so ein Spawner oder was Ja deswegen habe ich eben die Soul Frames gemacht Ah ok Daneben Daneben so geil Und was willst du denn brauchen? Jetzt habe ich einen Pigmen jetzt kann ich die zusammen craften sodass dann mehr Pigments spawnen ne m wird abbrechen nein will ich nicht so und dafür brauche ich nämlich den Enwil um und ich bin mal ein Kostetor mann auch den einen will damit ich zusammen schaffen kann dafür braucht man da ist pick man und da ist zum lieben die ich noch mal schnell wenigen ich finde so geil dass ich einfach mal keinen Schaden bekommen ein Brain aber im Ultimate kommt man ja anscheinend sehr leicht überall dazu weil viel mehr Möglichkeiten gibt und dieser Rüstung ist man unschlagbar und die kann man sich sehr schnell so Level 3 naja ich habe viel geschnurrt und habe einen extremsten Schub gemacht also ich habe wirklich extremst viel gesuchtet und hier habe ich einen Zombie Pigman da schau warte wenn ich da jetzt einen raus hol und hier hin tu und dann den hier da rauf du das kann ich noch nicht ok Ha feit achso ich glaube jetzt verstehe ich es Soulpage stand einfach mit dieser Kiste wo dann dieses Viech drin ist ja ich glaube das muss voll sein glaubst du sie damit also so einen Spawner aaaah ok eeeh läuft bei dir also immer noch fünf Dias drin packt der rum ich du mal Disconnecten und neu drauf Join an vielleicht funktioniert es sogar ok heute warst du mal wieder produktiv ganz schön produktiv so ist ja jetzt Wayne da rein da schreien da schreien da schreien da schreien Moin sie müssen ich hier oben ich muss uns sagen wenn er ein Stundenplan hat und ganz gut auslachen so ich brauche hier kurz die Gravitigan weil ich werde so geschissen wie meiner ist kann leider gar nicht sein es geht mir überhaupt nicht für eine Schule jetzt einfach mal das Glas Gravitikon du stellst einfach nur das Glas um, fertig so, jetzt ist es gut ach du kacke, ich muss mir umgewinnen nicht mit der Gravitikon und irgendwas drauf zu klicken sonst hast du es in der Hand so Gravitikon, was ist das? ach so, da ist ne Hole, ne Treetab und ne Wrench ist bei der Gravitikon toll ok Treetab, Wrench und noch irgendwas, ja stimmt warte kurz so oh, ok, man bekommt aus einem Tier drei Stück raus deswegen sind dann noch 5 drinnen hast du nicht nur 5 reingelegt? an 1 6 ich hab 6 reingelegt so, ich hab jetzt mal 2 die so, ich schaue noch kurz hier runter so nennen ähm, Homie mach den Junko da die ist voll die ist voll warum sind diese, sind diese eine Kogelstunde so umrandet? so extra da nehm ich mal was raus, warte ich hab einfach mal keinen einzigen Schadenspunkt bekommen obwohl ich dann allerdings geschlagen habe das ist auch da wie so wie ich mal was Follte Richtung Frau Sie auf das ist sicher gut ich muss die Töten bekommen ich wette Schmerz Warte warum hast du die Kiste im Winter Alter dieses Wettbewerb ist ein alt diese Pauertul ist einfach mal das Geilste von wo gibt es ist neun Uhr ja ich weiß ich habe es gesehen auf meinem Handy trotzdem ist neun Uhr Excavating nur zwölf nur 12 musste die Gäste die Uhr ich gehe damit weiter runter so der Teilen Spreng meine Kiste in die Luft z.B. Blöder Trottel das war aber nicht so nett entschuldige dich beim Creeper die Fresse des Trots mit seinem Problem das sind einfach mal dieses Selbstmord ab Creeper sind die Erxen Jolos nur gibt es davon so viele ich musste jetzt das 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 ja da rein tu du hast ne Menge Cobblers Junge sie so warte da und Junge warum schaltet sich meine Tastatur aus gute Frage ach Gott das mach ich noch schnell und so so jetzt geht's so 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 schab es geht nicht drauf Junge alter schau dir die ganzen Sachen an Oh schöne Sachen Die came Die came Die came Schneller 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 Ist ein LV2 da, Helm, oder was? Ja. Oh, ja. Wo sind meine Dias? Hattest du die nicht vorher im Winter? Ja, hatte ich. Blöde Dicker Schuh. Ach, du Kacke. Ja, das zieht mich jetzt mega an. Das ist vollspul. Müssen Creepers immer so schlau sein. Und das blöden Creepers. Ja, ich finde das jetzt gar nicht witzig. Das muss ich in der nächsten Folge dann alles wieder sortieren. Ach, du Kacke. Erstmal alles einordnen. Ich würde erstmal alles in die Kissen labern. Da sind deine Dias. Ach, du Kacke. Das zifft mich extremst an. Schür. Ich schür. Ich schür, alter Junge. Halt die Fresse nicht jetzt. Sei ruhig, Cooper. Ich hör dich. Warum? Weil Baum. Hättest du einen Baum umarmt heute, dann wäre das nicht passiert. Ich sag dir, wenn sich das nicht ausgeht. Das tut sich ausgehen. Alter. Ja, gleich. Ja, gleich. Ich bin gleich fertig. Sie stressen die Eltern. Ja. Machst du zu viel Lärm und sie wollen schlafen? Mir egal. Wir wollen den, dass du aufhörst. Mit deinem Leben. Das geht sich nicht aus. Fell. Jetzt schaltet sich die Tastatur auch noch aus. Das ist natürlich für ihn. Und damit meine Äquipe, halt deinen Maul, lass ihn bitte allein. Alter. Er will doch auch nur ein kleiner Let's Player sein. Bist du witziger? Was hat dieser Creeper gegen... Jetzt bin ich wieder... Oh Gott. Ich könnte auszucken. Der Creeper ist so fetter, springen die Luft in den Platz stecken. Oh Gott. Er sprengt alles in die Luft und es bleibt nichts hängen. Ach du Scheiße. Jetzt komm ich noch mal mehr rein. Oh, da fuhr. Ja, geil. Läuft er dir. Ja, mein Schubb ist abgestürzt. Okay, ich würde damit meine Aufnahme wenden. Und ich hoffe, es hat dich gefallen. Und ciao. Ciao.